yo servus leute seite herzlich willkommen bevor es weitergeht weil es in den letzten zwei videos auch war müssen wir direkt mit unserem desinfektions spray weitermachen leute und die ganze bude hier voll mit desinfektion sprayen aber ich mache diesmal nicht auf die facecam am ende facecam geht so kaputt ok leute ganz zimmer stinkt jetzt ich bin ja für euch am aufnehmen kontra k für dich gehe ich rein feed baji denke ich mal spricht man es aus ok war wieder ein vorschlag von euch können wir noch easy eben in die infobox gehen bevor es direkt auch losgeht producer dj devoe engineering lexbar k the crates also wieder die alte truppe am start ich bin drauf gespannt wir ballern auch direkt los ballert ihr mir gerne vorschläge rein falls ihr neu seid abonniert den kanal leute dankeschön für den support den ihr mir gerade zeigt freut mich wirklich sehr ach so übrigens wir haben schon auf passen zum album reagiert ich glaube jetzt fünf songs haben wir schon abgecheckt checkt gerne das ab und dann ballert mir vorschläge rein alles geht hoch und ab ich fliege niemand gibt mir das was du mir geh fließt in deine tränen gibt es krieg für dich gehe okay gesanglicher anfang hätte ich nicht damit gedacht dass das bestimmt irgendwas gesampelt worden weil wir haben da ja irgendwas gehört ja ja okay ich rei für dich gehe ich rei wow alter heftige stimme heftige stimme für dich gehe ich rein für dich gehe ich rein wie er das gemacht hat das war sehr schön hat mir gefallen so lange verdammt bin ich mit dem vollmond alleine und du fährst zwischen himmel und hölle zwischen paradies und elend haben meine augen alle schon gesehen jeden aber verblasst nur weil du lasst alles andere kann so wie man kontra cow rappen hört und baji noch mal hintergrund hinten hinten im hintergrund leiser mit einem telefoneffekt glaube ich noch mal hört das blut an den händen ist auf einmal wieder weg wenn ich mich in deinen augen verliere du holst mich raus aus der tefe raus die junge 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 also erster wir sind gerade bei einem drittel angekommen ein bisschen mehr hört sich schon echt nice an ich will noch mal ich will direkt die hook noch mal hören das nice ist gut dass die hook nicht noch schneller war ich mag das tempo von der hook das float irgendwie nice ich sag ihr wie ich nutze wieder die schlange als vergleich das schlängelt so hin und her alter ich mag ich mag die das tempo das hier ausgewählt wurde boah dieses drehe meine runden nachts im chip diese vibration digga du nicht hier fließen deine tränen gibt es krieg für dich gehe ich rein für dich gehe ich rein rein noch mal also ihr wisst ja was ich meint ne das gefällt mir einfach das will ich damit sagen ich trage in meinem herzen deinen namen egal wer gegen uns ist für dich gehe ich in den tod weißt dass ich immer für dich da bin für dich werbe ich dich draußen meiner gegenwo ohne dich ist mein leben boah dieser wechsel von rap auf schrei schreiendem ja der flow wechseln einfach und mit einer höheren stimme sehr sehr nice will ich nochmal hören warte geh ich mal ein stück zurück nice alter ich würde sogar sagen einer meiner favoriten songs die ich jetzt schon kenne ihr schreibt mir mal euren favoriten song rein vielleicht kenne ich ihn vielleicht noch nicht vielleicht müssen wir den noch abchecken wieder frieden zu in einer dschungel voller tränen schenkst du einen wehnen wieder blut alles geht hoch und ab ich fliege niemand gibt mir das was du mir gehst ich muss sagen Feed Bargy steht drin aber drei viertel vom song ist einfach von Bargy alter das werde ich niemals verstehen wenn ein Feature dasteht und einfach das Feature viel viel mehr hat ist jetzt ja auch nichts wildes finde ich geil weil Bargy hat den song echt echt nice gemacht ein solider Part von Contra K aber ich muss zugeben er war sehr stark ach ihr seht es gar nicht wegen der Facecam ich zeige immer auf Bargy mit dem Namen ich meine einfach Bargy war sehr stark geil ich fühle genau diese stelle vom titel für dich gehe ich rein für dich gehe ich rein und dann ist vorbei na 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 das war auch gerade geil ne ja doch das war nice schöner Beat im Großen und Ganzen sehr sehr schön kann man sich sehr gut geben hat mir sehr gefallen wenn euch die Reaktion gefallen hat lasst gerne einen Daumen nach oben da abonniert den Kanal um in Zukunft noch nichts zu verpassen Leute das war's macht's gut haut rein und ciao ciao